hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute werden wir mal in notrof hamburg auf einen richtigen privatserver ein bisschen geld farmen so weil wir jetzt irgendwie nur noch was wir müssen noch 9000 wollen wir jetzt auch ja irgendwann auch mal den lambo gönnen deswegen leute waren wie immer hier auf dem privatserver fahren wir können uns ja eh niemand stören ich hoffe ihr feiert sowas wenn ja lasst gerne schon mal ein like und ein abo da so einmal bitte hier die scheine so wir versuchen natürlich heute wieder hier alles auszurauben mit bankraub alles alles drum und dran also bleibt auf jeden fall dran so das haben wir schon mal ausgeraubt das sind wie viele moneten ja 2000 geht geht klar kann man machen ist natürlich auf öffentlichen servern mehr aber ja egal wir fahren jetzt mal irgendwie wieder schnell weg was soll man als nächstes ausrauben ich würde sagen wir fahren mal kurz so ein bisschen rum und frauen mal ein bisschen was aus oder die was ist denn schön mit areas was kann auch gerne mal sich können so können wir auch gleichzeitig einmal tanken so und jetzt go rein let's go ist vielleicht wie immer auf privat zu machen ist nicht so action reich aber egal so leute hier alle scheinchen einsammeln und der hier auch noch oder die woche direkt mal zum nächsten laden so ein paar kekse verkaufen einfach mal so ein paar sachen einfach mal verkaufen weil die brauchen wir jetzt auch nicht so fahren wir direkt weiter wo gehen wir jetzt ich würde sagen jetzt mal gehen wir mal zu den großen sachen wie juve oder bank da muss ich natürlich auch wenn ich mal sagen als erstes blitzen wir mal eben schnell zum juve so das fahrt das autos unterwegs mit einem fahrblocks der keinen führerschein hat ich bin in gefahr bitte helfen sie mir hier lang nicht geblitzt werden weil jedes blitzen kostet kohle so da hinten ist auch schnell juve vielleicht ist ein bisschen drin in den tresoren ja ein paar ketten und so ein paar ist da drin auch noch was ja geht eigentlich ist ganz gut gefüllt so ein paar sachen können wir uns auf jeden fall gönnen so bei den letzten folgen leute wenn ihr die noch nicht gesehen habt checkt ihr auf jeden fahrt da habe ich halt alles nur so in waffen ausgegeben meine ganze kohle und das war ein bisschen ja vielleicht nicht so sinnvoll so der sound war gerade ein bisschen laut ich habe den jetzt mal ein bisschen leiser gemacht so dann brauchen wir noch eben das hier aus so ich glaube ich habe schon ordentlich was an jubilie zeug dran so ist mir noch irgendwas nicht ist es mehr okay darf ich sagen haben wir jetzt mal direkt zum zum dealer oder so das war sorry wenn gerade der ton einfach ein bisschen laut war von dem spiel soll jetzt auch direkt dealer perfekt so verkaufen wir das komplette juve hier zeug jetzt aber schon statt 9000 schon 13.000 also der fortschritt kommt der lambo kommt immer näher so jetzt endlich nicht mehr so was haben wir jetzt ein nächstes aus ein paar automaten automaten sind eigentlich auch voll op weil man die sachen verkauft das bringt jetzt auch nicht mal ganz so wenig geld kann man echt mal machen man unterschätzt halt diese automaten neue bank sparen wir uns zum schluss auf dann wirklich schön voll ist aber erst mal würde ich sagen ja irgendwo hier wenn ein paar automaten schillen wenn wir uns können so wo ist denn hier ein automat da ist ein automat perfekt sondern gut oder drei energies bringen 1200 und das nur für einen automaten also die sind schon wirklich gut muss man sagen ist hier nebenbei auch wie immer so tutorial ja ich muss man nur mit f schlagen und dann mit e aufsammeln also schwer ist das jetzt nicht so mal guck mal wollte auch die fünf stände schafft ich würde sagen das schaffen war ich die sie weil wir kann uns ja niemand stören oder leute ist hier einer drin ist da nicht hier komplett private server mit diesen atmen und so könnten wir natürlich auch machen aber wir machen sie trotzdem noch auf diese ehrliche art und machen uns wollen und jetzt hier nicht mit dem auto weil ja und das auto ist gleich kaputt perfekt denke ich würde mal sagen wir fahren mal eben kurz zum adhc das muss leider sein so jetzt auch vorsichtig hier rein so und auftank ich würde sagen wir machen unsere farbe mal wieder schwarz so schwarz war ja immer ganz geil so grün ist ja hier so die schmalschuhfarbe so ich würde mal sagen heute was soll man jetzt ausrauben ich würde sagen wir suchen noch mal so ein paar automaten auf und dann würde ich sagen geht auch schon der digge bankraub los ja zwei cookies kann man machen so die holen wir natürlich auch noch sondern am ende werden wir alles verkaufen also was heißt also eigentlich die sachen bei der tankstelle kaufen soll ich sagen wir sehen uns gleich beim nächsten automaten so leute wir haben hier zwar kein automaten aber gas und gold können wir uns eigentlich echt mal gönnen haben wir ja noch nicht ausgeraubt das bringt natürlich auch immer gut geld so einmal wieder rein so hallo hier liegen auf jeden fall ein paar honis rum die gönnen bei uns schreibt euch mal in die kommentare was ihr die beste idee findet also ob sich ja läden automaten oder bank oder jockey bank oder so was lohnt sich von allen am besten also eigentlich so bank und juwelier aber die automaten ist natürlich auch nicht schlecht weil die kann man sich gut verkaufen so hier einer feuerbach ist hier irgendwas ja da ist auch einer dazu so zwei cookies und einen energy natürlich immer willkommen und wir haben immer noch nicht fünf sterne aber da würde ich sagen machen wir uns jetzt schon mal bereit für den gegen bankraub so einmal alles einsammeln so wir fallen noch ein bisschen rum machen uns jetzt schon mal so langsam auf dem weg zur band denn jetzt wird ein bisschen asche gemacht dafür brauchen wir eine bombe dann müssen wir noch mal eben zum dealer können wir auch die ganzen sachen verkaufen soll ist der juwe hier aufgefüllt ist ja nicht egal sollen wir eben kurz zum nächstgelegenen dealer hinfahren so und sich erst mal ein bisschen was können so einmal haben wir auf jeden fall ja egal wir kaufen uns erst mal ein bombe so dies auf jeden fall schon was so leute ist hier was so sein die energies verkaufen war eben und die verkaufen war auch so als hause ein bisschen kohle aber leute jetzt kommt das worauf ihr alle gewartet habt nämlich der bankraub ok leute wir stürmen jetzt in die bank so mit bombe in der hand natürlich so leute jetzt kommt ein richtig dicker bankraub ins spiel so und und weg 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 und und jetzt go leute die bank ist so ein halbwegs gefüllt aber egal leute schöne goldwaren sich gönnen ja dann hier noch ein paar geldscheine so okay jetzt spannend soll einmal hier ihr könnt das natürlich hier bei den sachen durch die gitter einsammeln da braucht ihr nicht die tür aufzuschlagen einmal hier noch den goldwaren und so leute das war's wir haben die bank geräumt fall jetzt nochmal eben schnell zum dealer um unsere 3000 abzuhören zwar keine fünf sterne erreicht aber ja leute aber bevor wir hier hingehen ich sehe gerade der juwe hat sich wieder halbwegs aufgefrischt da schauen wir natürlich mal gerne vorbei so geil schön die kettchen einsammeln das ist tatsächlich cool hallo die hat sich so halbwegs sogar ordentlich was aufgefrischt also nochmal ordentlich geld geil und wir haben natürlich wie über die fünf sterne geknackt jetzt gooo so danach wird dieses video auch benannt fünf sterne challenge auf privat zu haben oder so ähnlich wird der titel sein so ok leute wir gehen jetzt schnell zum dealer und werden jetzt da richtig und fett was verkaufen das wird hier der abschluss für diese folge ich hoffe natürlich sie hat euch wie immer gefallen wenn ja könnt ihr jetzt schon mal liken und abonnieren wenn ihr noch nicht habt so leute jetzt ist zahltag so einmal das juwelierzeug hat es doch mal einen schönen schub gegeben und das gold ja und ich würde sagen wir haben jetzt alles verkauft haben jetzt auch nichts mehr im inventar kriegen unser money in acht minuten ja aber leute dann würde ich sagen falls das video gefallen hat und ihr bock auf mehr habt auch auf privat zu erwarten dann schreibt es in die kommentare abonniert like aktiviert die glocke ja oder bis dann sehen wir uns im nächsten video bis dahin und ciao ciao